Hotline Flughafen Zürich, mein Name ist ****** Grüezi wohl, bin ich da im Flughafen aussen? Wir sind jetzt hier bei der Fluglärm-Hotline des Flughafens Zürich. Es ist im Mais bei euch aussen, was macht ihr da? Was ist im Mais aussen? Es krachen und krossen die letzten Tage bei euch aussen am Flughafen. Ah, ja das ist vermutlich im Zusammenhang mit dem WEF. Was ist das? Das steht vermutlich im Zusammenhang mit dem WEF. Aha! B-E-F steht Abkürzung für das World Economic Forum. Ja, ich habe es in der Zeitung gesehen. Kommen alle mit Privat jetzt, oder was? So ist es. Super Buma! Richtig. Wissen Sie wie das klingt, wenn ich auf die Terrasse rausgehe? Soll ich mal rausgehen? Ja gerne. Hä? Ich knack hier mal auf. Hallo! Ja, ich höre. Sie sind sehr gross bei mir da hinten. Ja, es ist sehr laut. Haben Sie recht? Ja. Ja. Hören Sie da wieder auf. Das kann ich Ihnen so genau nicht sagen. Ich sehe, dass das vorbei ist. Es ist allheisch. Ich brauche Ruhe da hinten. Darf ich Ihre Nachbundadressen und hier? Ich verstehe Sie nicht. Ja, dann gehen Sie wieder hin und machen Sie die Türe zu. Hä? Oh, jetzt kommt gerade noch einer. Ich muss sie schnell... Oh ja, das ist ein blauer. Ist ein Tramp drin, oder was? Ja. Ah, jetzt ist er durch. Gut. So. Jetzt bin ich wieder drinnen. Ja, wenn... Sehr gut. Wenn Sie wünschen, nehme ich Ihren Namen und Adresse auf und leite es weiter, dass Sie sich hier vom Fluglärm gestört fühlen. Ja und was bringt das? Ja, dass die Statistik einfliesst, dass man weiss und dass es dokumentiert ist, dass Sie angerufen haben. Können Sie nicht schnell das Trombändchen mitlaufen lassen, wenn ich auf der Verande draußen bin? Nein. Nein. Das wäre mal... Das wäre mal... Das ist bei den Menschen, oder? So klingt es bei uns draussen. Ja, ist aus der Abendschutzgründen her bedenklich. Das ist okay. Sie können aufnehmen. Ich gehe noch mal raus. So. Nein, ich brauche nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So, drückst du bei mir. Innen. Hä? Das kannst du weiterleiten. So. Gut. Ich bin wieder drinnen. Gut. Gut. Also, haben Sie es aufgenommen? Ich habe es nicht aufgenommen. Kann ich gar nicht. Egal. Gut. Gut. Schönen Tag wünsche ich. Danke. Danke.